Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim TeleStand. Ich mache es diesmal kurz über den Anmoderationen und beginne mit Love, Wedding and Repeat. Den haben sich unsere Netflix vorgegeben. Unsere Netflix vor sind niemand geringeres als Christopher, Max, Dom und Stu. Die Verhübschen haben sich den Film vorgeknöpft. Dann geht es weiter mit Sweetheart. Da sind Dom und Stu am Start. Sweetheart hätte wohl jetzt auch in die deutschen Kinos kommen sollen. Ist eine Blamhausproduktion. Viel mehr weiß ich nicht, außer dass sie eben jetzt nicht im Kino angelaufen ist. Tja und zu guter Letzt dann noch was von Sibirius Film. Mit Fear Comes Home schafft es hier auch endlich mal der Sam seinen Einstand offiziell zu geben. Das hat er bereits vor einiger Zeit mit dem Dom aufgenommen und das war quasi eine allererste Besprechung. Auch die gibt es jetzt hier auf die Ohren. Leute, vielen Dank. Ihr könnt den ganzen Spaß noch bewerten. Auf Apple Podcast führt, Facebook, Google.de und hast du nicht gesehen. Einfach mal in die Kommentare ballern, wo sich alles gefallen hat und teilen. Und hast du nicht gesehen? Ja, das wäre voll Knorke. Wir beim Telestammtisch. Wir ziehen es durch. Bis zum bitteren Ende sind wir für euch da. Bis dann. Ciao. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Love Wedding Repeat. Ich bin Nestu und heute an meiner Seite sind zwei Leute, von denen ich weiß, dass sie ein bisschen sauer auf mich sind. Nämlich der Christopher und der Dominik. Hallo zusammen. Hallo. Love me tender. Und eine Person, die mich immer noch hoffentlich abgöttisch mag, nämlich der Max. Hallo, Max. Ja. Wir reden heute, wie gesagt, über Love Wedding Repeat, der neue Netflix-Film. Der ist seit dem 1. Ach, nicht das, im 1. Seit dem 10. April bei Netflix verfügbar. Hat eine Laufzeit von 100 Minuten. Ist das Regiedebüt des Autors Dean Craig. Und zu den Hauptdarstellern gehören Sam Cleven, Olivia Mann, Elena Tomlinson und Freda Pinto. Und wir sind hier die Netflix vor. Und wie immer darf der Christopher jetzt kurz beschreiben, worum es in dem Film geht. Es findet eine Hochzeit statt. Alle Gäste auf dieser Hochzeit sind dumme Arschlöcher. Ende. Nein, nein. So bin ich doch nicht, Freunde. So bin ich doch nicht. Also, Jack bedauert es immer noch sehr, dass er es nicht schaffte, bei seiner Traumfrau Dina zu landen. Damit seine Schwester Hayley nicht eines Tages genauso frustriert auf ihr Liebesleben zurückblickt, hat er sich geschworen, dass er ihr dabei helfen will, die perfekte Hochzeit zu haben. Aber die Chancen stehen schlecht, denn Jacks Ex-Freundin Amanda kreuzt plötzlich mit ihrem eifersüchtigen neuen Lover auf. Und auch die Flirtchancen mit der zu seiner großen Überraschung auftauchenden Dina werden ständig von dem ungebetenen Gast Sidney torpediert. Und als ob das noch nicht genug wäre, taucht eben noch ein anderer ungebetener Gast auf, nämlich eine Ex-Flamme, beziehungsweise jemand, der schon seit Teenager-Tagen immer ein Auge auf Hayley geworfen hat und auch ein Geheimnis mit sich trägt, das die ganze Hochzeit platzen lassen könnte. Ja, vielen Dank. Ja, es ist das Regie-Diobie von Dean Craig, der in seiner Karriere hauptsächlich als Drehbuchautor aktiv war, hat unter anderem mitgeschrieben am Drehbuch zum sehr sehenswerten Sterben für Anfänger. Und als Netflix vor ein paar Wochen den Trailer zu diesem Film veröffentlicht hat, muss ich gestehen, habe ich jetzt wirklich, muss ich gestehen gesagt, egal. Im ersten Trailer zu Love Reading Repeat sah man halt schon so, worum es geht so ein bisschen und ich fand, das erinnerte mich wirklich an Sterben für Anfänger, nur halt eben diesmal mit einer Hochzeitsgesellschaft. Jetzt kam der Film halt raus, ich war, glaube ich, der Erste, der ihn geguckt hat und so viel sei verraten. Ich glaube, ich bin derjenige von uns vier, der ihn am besten fand, aber trotz allem muss ich auch sagen, letztendlich bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Max, mein bester Freund. Ja, hallost du. Mein Lieblings-Telehorst-Kollege. Ja, du musst mir jetzt keinen Honig um den Mund schmieren. Weil ich fand ihn gar nicht so enttäuschend. Okay, okay, super, 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 dann haben wir ja zwei Teams, wunderbar. Also, Max, als du den Film angefangen hast, womit hast du gerechnet? Ich habe, das ist jetzt schwer zu sagen, ich habe eigentlich mit etwas relativ Klassischem gerechnet, was es dann aber auch eigentlich war, finde ich, also eine typische Rom-Com-Hochzeits-Comedy. Ich habe die Klassiker wie jetzt Vier Hochzeiten und ein Todesfall beispielsweise alle noch nicht gesehen. Deswegen weiß ich nicht, wie klassisch das dann wirklich ist. Ist nämlich absolut nicht mein Genre. Ist aber sicherlich besser als die Hochzeit und ich habe auch nicht mit sowas gerechnet. Ja, die ersten zehn Minuten haben mir eigentlich auch ganz gut gefallen, weil ich finde, die Briten haben, was solche Sachen angeht, eigentlich einen recht guten Humor. Ich hoffe, dass der Drehbuchautor auch Brite ist und war. Ich glaube, jetzt ihre, aber ja. Oder ist, egal, auf jeden Fall. Wir wissen, von welcher Art von Humor das wir sprechen. Und ja, in der Hinsicht ging es am Anfang dann auch ganz gut los. Die Sachen, die mich dann eher gestört haben, die sind dann eher schauspielerisches Niveau, aber da können wir dann später dazukommen. Okay, ja. Ja, was man noch vielleicht noch ergänzen sollte, das Ganze ist, soweit ich weiß, ein Remake eines französischen Originals. Und also für mich ist es so eine Fusion aus Sterben für Anfänger und Vierhochzeit ein Todesfall. Aber das Problem ist, dass der Film mich eher an das fürchterliche US-Remake von Sterben für Anfänger, Sterben will gelernt sein oder wie auch immer der Quatsch hieß, erinnert hat. Also, dass alles irgendwie noch ein bisschen größer, noch ein bisschen mehr auf sexuelle Anspielung und Gags forciert war. Und ich muss sagen, ich fand es hier wirklich teilweise richtig grauenvoll. Also, ich muss ja gestehen, dass ich das Remake von Sterben für Anfänger gar nicht mal so übel finde, weil ich finde, dass es eine relative Eins-zu-Eins-Kopie eigentlich ist. Ja, also, ich finde, da ist, da haben sie sich schon relativ ans Original gehalten. Ich fand die erste Hälfte halt von Law Fading Repeat wirklich, wirklich amüsant. Da, wie der Max schon sagte, da sind halt wirklich so Dialoge drin, die sind super. Also, wenn dieser eine Versicherungsvertreter versucht, bei dieser Journalistin zu landen und sie ihm jetzt erzählt, wie es war, gegeiselt der Taliban zu sein und er versucht irgendwie mit seinem Alltag als Versicherungsvertreter da irgendwie gleichzuziehen, das fand ich wirklich amüsant. Ich habe in der ersten Hälfte des Films hatte ich so ein andauerndes Grinsen auf dem Gesicht. Und dann kam halt das große Problem des Films, nämlich, dann kommt das Repeat im Titel zum Vorschein. Denn dann macht der Dean Craig folgendes. Er sagt ja einfach, okay, kein Happy End. Wie müssen jetzt diese acht Hauptfiguren sich denn in dieser Hochzeit, wie müssen die zusammensitzen, damit wir ein Happy End haben? Und das macht er dann. Und ich dachte, okay, jetzt macht er so auf, und täglich grüßt das Mordtier oder Edge of Tomorrow. Er versucht es auch kurzzeitig, lässt es aber dann komplett überfallen und dann gibt es die ganze Geschichte im Prinzip nochmal von Neuem. Und da muss ich sagen, ab da funktioniert der Film für mich nicht mehr. Bis zu diesem Punkt, wirklich bis die erste Hälfte, wenn der Film so in der Qualität weitergemacht hätte, wäre das für mich eine richtig schöne Komödie gewesen. Was da an der Stelle für mich so das Bezeichnende ist, die Szene, wo so praktisch dieser Übergang ist, dieser Break, die hat für mich noch am besten funktioniert. Also wo dann wieder diese Kinder gezeigt werden mit den Tischkarten und das dann alles irgendwie so durchgespielt wird. Und da war plötzlich irgendwie Dynamik im Geschehen. Da hat man auch gemerkt, jeder Schauspieler hat dann mal irgendwie diese Nummer mit den Schlaftabletten durchexerzieren müssen. Das war noch ganz nett. Aber dann wird der Film unglaublich zäh und uninteressant. Noch mehr, als er eh schon für mich war. Also ich weiß nicht, warum, ich bin nicht reingekommen in dieses Ding. Und der Humor, spätestens der angeschlagen wird auf der Hochzeit. Also als die da schon ankommen und dann steht da irgendeine und sagt dann irgendwie so völlig in den Raum rein, ja, ich habe immer gedacht, Penne, das ist die italienische Bezeichnung für Penis. Aber dann habe ich erfahren, das sind einfach nur Nudeln oder so. Und dann dachte ich mir, ernsthaft, da ist null Dynamik drin. Das hat null Charme. Und weiß nicht, ich habe auch teilweise echt so überlegt, also ist nicht so, dass der Film jetzt total billig aussieht. Aber ich habe mir zwischendurch gedacht, wie würde der eigentlich aussehen, wenn das so ein B-Movie wäre, was auch Tiberius-Film in seinen Verleih aufnehmen könnte. Also minus die Besetzung jetzt und vielleicht ein bisschen die Optik. Ich weiß nicht, warum. Es hat für mich alles irgendwie nicht funktioniert. Vor allem die ganzen Figuren, wobei ich da einräumen muss, dass ich Olivia Mann und Sam Cleflin noch am besten fand. Und die hat eine gewisse Chemie und auch einen gewissen Charme in ihren gemeinsamen Szenen. Das ist interessant, weil ich habe das gar nicht so empfunden. Also auch dieser Penne-Gag, das war jetzt kein großartiger Gag. Aber das ist ja diese Art von Humor, die findest du ja in vielen britischen romantischen Komödien. Die gab es ja auch schon in meinen vier Hochzeiten und einem Todesfall. Und ich fand das alles, die erste Hälfte fand ich unglaublich dynamisch. Ich fand das unglaublich gut inszeniert für die Mittel, die sie hatten. Ich meine, der Film spielte ich ja im Grunde wirklich nur zu 90 Prozent in diesem, was ist das, so ein Hotel oder so. Und dafür war das gut umgesetzt. Und ich fand auch nicht, dass das billig wirkte oder so. Und der Vergleich mit Terbius finde ich jetzt ein bisschen hart. No, no, no. Das war jetzt auch vielleicht ein bisschen polemisch. No, gar nicht. Ach, ich weiß nicht, warum. Ich bin einfach irgendwie nicht reingekommen und alle Figuren waren mir irgendwie ziemlich egal. Und ich weiß nicht, es war auch irgendwie immer so dieser Ha, 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 er hat das und das gesagt, Humor. Und alle Figuren waren irgendwie auch Abziehbilder und bestanden eigentlich immer nur aus einer Eigenschaft. Bei Freda Pinto fand ich das zum Beispiel eigentlich ziemlich schlimm. Das ist eigentlich eine sehr sympathische Schauspielerin, die noch nicht so wirklich so ganz den Durchbruch gehabt hat, aber die ich eigentlich ganz gerne sehe. Und die ist hier halt wirklich nur reduziert auf dieses Klischee der herablassenden Bitch irgendwie. Theorie. Ich sage, dieser Regisseur hat überhaupt kein Skript geschrieben. Er hat auch keinen französischen Film geremaked. Er hatte einen Job in den Büros von Working-Title-Films und hat dann eines Tages mal den Papierkorb von Richard Curtis gelehrt und hat dann da so ein halb abgefertigtes Skript gefunden, wo er sich gesagt hat, das klaue ich jetzt und das baue ich aus. Weil das ist wirklich wie ein Hack, der keine Ahnung hat, was er tut und sagt, ich will so eine britische Rom-Com schreiben und die Gags, die für die eigentlich noch zu schlecht sind und ausgemustert zu werden, die übernehme ich dann alle. Gerade dieser Anfang auf der Hochzeit, wenn Olivia Mann von diesem Versicherungstypen zugetextet wird. Bei Richard Curtis sind diese Stereotypen immer noch zumindest mit einem Fuß in der Realität verankert, so, dass es dann noch witzig wird. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass es einen Menschen gibt, der über so wenig soziale Kompetenz verfügt, dass er einfach nicht merkt, dass er sich verpissen sollte. Er labert dir dann Olivia Mann zu und dann kommt Sam Cleflin dazu. Natürlich sind das Klischees, aber ich fand das zwar gut umgesetzt. Ich fand das sehr amüsant. Oh, das hörte nicht auf. Ich hab da nicht erwartet, dass ich da Charaktere erlebe, die halt mit einem Fuß in der Realität sind. Aber das war zu viel. Vor allen Dingen, es hört ja nicht auf. Dann kommt Sam Cleflin dazu, will sie für einen Drink entführen. Der Typ rennt denen hinterher und es geht weiter und weiter und weiter. Ja. Irgendwann einfach so, ihr seid ja wohl komplett taub, was den richtigen Ton betrifft, oder, Leute? Das war wirklich so amateurhaft, wie hier die Comedy vonstatten ging. Das ist lange her, dass ich so was gesehen habe. Und ich war teilweise echt platt darüber, wie scharmlos, ideenlos und plump das vonstatten ging. Ja. Ja, also so vernichtend würde ich es jetzt vielleicht nicht sagen. Aber ich weiß nicht, irgendwie hatte das für mich, das hatte für mich kein Esprit, auch die Dialoge. Das wirkte irgendwie alles nur klischeebeladen. Und, weiß nicht, bis auf Sam Cleflin und Olivia Mann. Olivia Mann, muss ich sagen, fand ich hier gar nicht mal schlecht. Die kann ich normalerweise eigentlich überhaupt nicht leiden. Die war zum Beispiel in diesem fürchterlichen Mordecai drin mit Johnny Depp. Und hier war sie gar nicht schlecht. Das Problem ist nur, ich hab ihr diese Journalistin überhaupt nicht abgekauft. Das wirkte wie eine reine Behauptung. Und das hat auch irgendwie nie wirklich Relevanz gehabt, warum sie jetzt irgendwie Journalistin war. Ja, da hätte man eine Schauspielerin Carsten können, die grundsätzlich einfach mehr Glaubwürdigkeit genießt oder ein seriöseres Image hat, sagen wir mal so. Olivia Manns Karriere lief ja momentan so bis jetzt in den Bahnen, dass sie eigentlich so ein neues Megan Fox-artiges Pin-Up-Girl war. Ja, ja, ja. War immer nur als Eye Candy bisher gecastet. Und sie hat dann hier die Rolle der Straight Woman, die halt in keinster Weise ausgeflippt ist. Sie ist halt hier das, worauf der Hauptdarsteller es abgesehen hat. Und da hätte vielleicht eine Schauspielerin gut getan, die einen etwas besseren Ruf genießt. Bei mir ist es so, dass ich Olivia Mann, die habe ich überhaupt nicht vor Augen. Also ich habe keine Ahnung, wer das ist. Die Journalistin. Nee, ja, in dem Film ist sie eine Journalistin, die von den Taliban festgenagelt wird. Aber ich bin echt überrascht über diese extremst vernichtende Kritik oder Sichtweise, weil ich muss mich da ein bisschen auf die Seite von Stu schlagen. Ich habe halt einfach auch nichts erwartet, was jetzt mit Tiefgang oder sowas angeht. Was drauf hinausläuft, sagen wir mal. Das habe ich ja auch nicht erwartet. Ich auch nicht. Ich habe zumindest irgendwie was Kurzweiliges erwartet. Der Film hat sich gezogen. Ich finde, der Film hat halt ein, zwei größere Probleme, die er sich aber selbst gemacht hat. Das erste ist, gut angesprochen von Dom, diese Frida Pinto-Figur. Sie und ihr Freund sind eigentlich komplett sinnlos in diesem ganzen Film. Die braucht sie nicht. Die tragen nichts zum Fortlaufen bei. Die sind einfach nur dafür da, dass es halt diesen Pseudokonflikt gibt, dass jemand auf seine Ex-Freundin trifft und auch noch am Anfang halt neben ihr sitzen muss. Richtig. Die führen auch gefühlt immer, also daran merkst du halt auch, wie unglaublich flach die geschrieben sind, weil die führen wirklich die ganzen Filme durch, gefühlt immer dasselbe Gespräch. Und es geht natürlich um Genitalien und Leistungen. Also das ist so ein, oh, mit der Hand vor dem Mund lachen Humor. Das ist so ein, wir wollen hier schlüpfrig und edgy sein. Und da war es so abgeschmackt und so billig. Und das hat mir irgendwann, da konnte ich nicht mehr. Also, aber das ist interessant, weil ich hatte nie das Gefühl, also klar, das ist natürlich so ein Humor, so mit, es geht nicht um die Größe, es geht um die Technik. Aber ich fand nicht, dass der Film mir das verkauft hat als so, oh mein Gott, das ist jetzt aber voll edgy. Das waren halt einfach zwei Deppenfiguren. Ja, dafür waren sie da. Und ich war jetzt auch kein großer Fan von den beiden. Aber ich fand sie das stört. Die haben das auch schlecht gespielt. Die haben es auch schlecht gespielt, muss ich sagen. Also, was Frida Pinto da, keine Ahnung. Die wirkte total lustlos. Sie und dieser Lockenkopf, der den Regisseur ansprechen will, die fand ich halt echt drüber. Aber egal, was ich eigentlich noch sagen wollte. Den muss ich noch ganz gerne. Den Lockenkopf, ja, ja, den kennt man auch aus Game of Thrones, glaube ich, soweit ich weiß. Aber du wolltest noch was anderes sagen. Und zwar, was der Film halt auch als großen Fehler hat, ging aber vielleicht auch nur mir so, ist, ich habe diese Problematik, dass Dinge halt durch Sitznachbarn entstehen. Die ist für mich einfach nicht triftig genug. Weil ich finde, an so einem Tisch würden sich ja die Leute dann auch umsetzen. Weißt du? Ja, klar. Und deswegen hat es für mich nie so einen wirklich triftigen Anstoß gegeben, warum Dinge jetzt so laufen, wie sie laufen. Genau. Die Idee an sich, dass man praktisch so ein bisschen Butterfly-Effekt mit vier Hochzeiten und einem Todesfall kreuzt und dann hat man halt ein paar schräge Typen oder so. Finde ich super. Ich habe zum Beispiel auch nichts gegen den Schottenrock-tragenden Typen gehabt, weil der hat so für mich, ja, er war ein bisschen drüber und er hat relativ wenig Sozialkompetenz bewiesen. Aber auf der anderen Seite ist das in so einem Rahmen für mich auch okay. Der hat den Kerl auch nicht allzu schlecht verkörpert. Von dem her lasse ich das dann mal so stehen. Mich nervt es dann eher, wenn Figuren mehr, ja, wie soll ich sagen, wenn die einfach schlecht gespielt sind, wenn die drüber gespielt sind, wenn ich ihnen das nicht abkaufe. Wenn ich ihnen nicht abkaufe, dass sie jetzt gerade irgendwelche Tropfen, Beruhigungstropfen genommen haben, wie jetzt bei dem Lockenkopf zum Beispiel. Wenn der einfach einen Betrunkenen so spielt, wie ich mir vorstelle, dann wird das ein Zehnjähriger am Betrunkenen spielt. Weißt du, sowas in der Art. Das sind so die Dinge, die mir an dem Film mehr, ja, die Freude verhagelt haben. Es gibt ja so viele von diesen Komödien, wo eine Hochzeit irgendwie aus dem Ruder läuft und das ist sehr schwer zu schreiben. Das gebe ich zu. Es ist sehr schwer zu schreiben, wo man wirklich eine humorvolle Eskalation zeigen möchte, die halt nicht vollkommen unglaubwürdig wirkt. Aber wenn man dann auf so wirklich richtig abgeschmackte Sachen zurückgreift, wie, ja, und dann ist da dieser ungebetene Gast und dann statt irgendwie eine Form von Security da zu haben oder, mein Gott, auch die Polizei zu rufen, den zu entfernen, dann auf die Idee zu kommen, dem Schlafpillen zu verabreichen, damit er keinen Schaden anrichtet, da bin ich einfach raus. Da ist die Situation für mich nicht mehr zu retten. Das ist einfach, das ist das Letzte, was irgendein Mensch in der Situation tun sollte und da kann ich meinen Suspension of Disbelief auch nicht ausschalten. Also dir fehlt, dir fehlt also Realismus. So verstehe ich es. Glaubwürdigkeit. Nee, einmal ein Funken Glaubwürdigkeit, aber vor allen Dingen aber auch Gags, die schon ein bisschen mehr Cleverness brauchen. Einfach auch ein bisschen erfrischendere Momente, Humor lebt ja auch viel vom Überraschungsmoment. Wenn dann diese Idee kommt, die du in fünf anderen Hochzeitskomödien schon gesehen hast und wo du auch dann denkst, wer macht denn sowas in so einer Situation? Das ist ähnlich wie in Horrorfilmen, wenn die doofe Tussi die Treppe hochrennt, dann statt zur Tür raus. Ich kann dann einfach nicht mehr. Für mich ist auch diese What-If-Premisse, also dieses Love-Wedding-Repeat, das ist für mich auch irgendwie nicht aufgegangen. Das wirkt da auch mit dieser Orakelstimme aus dem Off. Weißt du, da ist eine Kussszene in Rom und das wird dann irgendwie untermalt von irgendeiner Oma, die dann irgendwie anstößige Sachen aus dem Off von sich gibt und dann so, ja, aber es hätte ja so und so laufen können. Und das wirkt dir, weißt du, man hätte doch zum Beispiel, theoretisch hätte man auch sagen können, dass, also, diese Oma hätte vielleicht auch auf der Hochzeit als Figur dann irgendwie auftauchen können, weil die ist ja ein Stück weit eigentlich sogar die Erzählerin. Aber das wirkt alles so halbgar. Und ich hab die ganze Zeit, das war so komisch, durch den Titel wurdest du eben so darauf geeicht, dass das irgendwie so was ist wie Edge of Tomorrow und so. Und ich dachte, dass da vielleicht irgendwie so eine Sci-Fi-Note oder irgendwie so was reinkommt. Aber stattdessen, weiß nicht, hab ich das Gefühl, dass das eigentlich nur dazu da ist, um uns irgendwie unterzujubeln, dass es zweimal derselbe Film ist, hintereinander abgespielt. Dieses, was hätte sein können, diese verschiedenen Möglichkeiten. Das wird eigentlich nur in einer Sequenz ausgespielt, die dann für sich ... Das ist ein Kurzfilmprinzip eigentlich. Ja, ja, genau, die dann für sich auch funktioniert. Aber der Rest, weiß nicht, das Ding hat sich vor allem gezogen wie Kaugummi. Wirklich. Also, ich muss halt sagen, die erste Hälfte, bis halt dieses Wort If wirklich mal benutzt wird, fand ich kurzweilig, fand ich durchaus charmant, fand ich amüsant. Jetzt nicht, dass ich mich lachend auf dem Boden gewälzt hab, aber wirklich genau das, was ich positiv erwartet habe vom Film. Und nach diesem Wort If-Moment, dann fand ich ihn plötzlich halt wirklich, da fand ich ihn zäh, da fand ich ihn langatmig, da fand ich ihn auch nicht mehr so komisch. Ja. Ja, ich bin schon mit der ersten Hälfte nicht irgendwie glücklich gewesen. Aber ja gut, das ist halt persönlicher Gusto, hab ich auch das Gefühl. Ja, es sind halt nur zwei What-If-Sequenzen, und wenn du es ganz klar spaltest, sind es ja eigentlich nur zwei Akte sozusagen, die da gezeigt werden. Und vielleicht sind es auch einfach zu wenig gewesen. Vielleicht hätte man da noch irgendwie so ein Extrem dazwischen gebraucht oder sowas. Aber du kannst natürlich die Zeit nur gewinnen, wenn du nicht alles mit irgendwelchen Charakteren vollstopfst. Weißt du? Also irgendwo. Man hätte es ja, wenn man schon irgendwie bei Richard Curtis klaut oder so, und ich bin jetzt kein großer Fan dieses Films, ich find den leicht überbewertet, hier alles eine Frage der Zeit. Sowas hätte man vielleicht reinbringen können. Dass jemand irgendwie Mist baut, dann irgendwie kurz weggeht, und dann das noch mal erlebt, ums gerade zu biegen, aber dann passiert wieder was anderes. So hätte man das zum Beispiel machen können. Also man hätte diese Möglichkeiten der verschiedenen Willkürlichkeiten und Zufälle, das hätte man einfach ein bisschen mehr ausspielen können, indem man so eine leicht übernatürliche Note da reinbringt, finde ich. Ja, oder man macht es wie bei Lola Rindt oder irgendwas. Ja. Ja, nee. Ich meine, es ist ja nicht so, dass das, ja, es gibt eine Erzählstruktur, die nicht drauf basiert, dass du eine Story mehr oder weniger kohärent irgendwie schreibst oder dass du dich da irgendwelchen realistischen Gegebenheiten unterordnen musst. Nee, da ist ein Stilmittel. Und das steht über allem. Und dieses Stilmittel ist, dass du diesen Film einfach in verschiedene Optionsstränge teilst. Und dafür sind einfach zwei zu wenig. Weißt du? Ich frage mich aber auch, ob das jetzt von Stu ausgehend ist. Also bei dir, Stu, geht das ja wirklich so in zwei Teilen einfach. Den einen magst du, mit dem hast du viel Spaß, und mit dem anderen nicht. Es ist die Frage, ob dieser Film größtenteils nur so funktionieren kann, weil es eben diesen Break gibt in der Mitte. Also ich glaube, wenn der Film halt nach 45 Minuten zu Ende gewesen wäre, hätte ich gesagt, so ja, schöner, mittellanger Film, jetzt nichts Besonderes, nichts, wo ich jetzt in einer Woche noch sagen werde, boah, Leute, guckt euch diesen Film an. Aber wirklich etwas, was mich zufrieden zurücklässt. Und jetzt halt mit der zweiten Hälfte finde ich ihn jetzt natürlich so kacke wie du und Christopher. Aber insgesamt sage ich, okay, kann man gucken, muss man nicht. Ich hätte das halt verschmerzen können, wenn es einen einzigen Gag gegeben hätte, der für mich gezündet hätte. Aber das hat tatsächlich kein einziger. Bei mir auch nicht. Jedes Mal nur die Fresse verzogen, wenn irgendwas passierte, was da irgendwie Auflockerung versprechen sollte. Vor allem läuft jeder zweite Gag wirklich auf irgendwas Sexuelles hinaus. Ja, nicht nur das. Ja, aber eben auch so diese Situationskomik. Dann erwischt dann Olivia Mann, Sam Cleflin und den anderen auf der Toilette in einer kompromittierenden Situation. Und dann soll ich jetzt ehrlich, oh nein, jetzt ist tatsächlich das Happy End zwischen den beiden in Gefahr. Ich finde, der Film verkauft einen gerade durch seinen Humor auch unfassbar für dumm. Wollen wir mal zum Fazit kommen? Ja, würde ich auch sagen. Sonst, wir sind nicht wie dieser Film und ziehen uns nicht ewig in die Länge. Also, kommen wir zum Fazit. Ich überlege gerade auch, was wir als Team aufziehen wollen. Team A gegen Team B. Wedding Crusher. Ja, fight. Ihr seid Team Hochzeitsgäste und wir sind Team Wedding Crusher. Genau. Max, wie viele Punkte würdest du dir im Film geben? Hm, also für mich ist das so ein Durchschnittssonntagnachmittag-Film. Deswegen kriegt er von mir auch die durchschnittlichen 2,5. Ja, das ist bei mir genauso. Auch von mir 2,5. Das heißt, Team Hochzeit gibt dem Film 5 Punkte von 10. So, jetzt kommt Team Humor los. Bitte. Das musste kommen. Nein. Genau. Jetzt kommt eher Team Style, ja. Ja. Ich finde, ihr beide tut nichts für ungut, aber ihr beide klingt gerade wie diese Leute, die die Transformers-Filme verteidigen. Oh, Christopher, was erwartet ihr denn von einem Actionfilm? Christopher, das ist jetzt wirklich, das ist beleidigend. Das ist sehr beleidigend. Ich weiß, ich musste ein bisschen extrem werden, um meinen Punkt klar zu stellen. Transformers ist doch ganz toll. Ich habe ja schon mit Tiberius vorgelegt, aber das war jetzt echt hart. Also Dominik, willst du wirklich mit Christopher in einem Team sein? Ich würde es mir mal überlegen. Ja, ich glaube, er wird die noch, wir werden, glaube ich, nur mit einem Team sein, wenn wir dieselbe Wertung rausgeben. Wir machen es jetzt einfach so, wir sagen auf 3, sagen wir beide unsere Punktzahl. Fantastisch. Ihr werdet es nie schaffen, das auf 3 zu sagen. Nie. Christopher? Ja? Wir wechseln uns ab. 3, 2, 1, 1,5 von 5. Ja, ich habe nicht verstanden, was ihr gesagt habt. Ich glaube, sie haben Pi gesagt. Oh, oder E hoch 1. Pass auf, wir machen es einfach so. Christopher, sag einfach, tu mal deine Punktzahl. 0,5. Okay, Dominik, sag du deine Punktzahl. 1,5. 1,5. Das sind 2 von 10. Tja, damit hat Team Hochzeit mehr Punkte. Und damit gewonnen. Yay! Toll! Hey, ich mache gerade Tischfeuerwehr. Ja. Das Spiel ist so sinnentleert wie dieses Drehbuch. Danke. Ja, stimmt. Ja, dann sage ich danke für eure Zeit. Du musst mich übrigens noch begrüßen. Es ist eine Stelle heute frei geworden. Christopher abschiedet sich. Ciao. Tschüss. Ja, danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und dann dürft ihr noch auf Tschüss sagen. Ob das Sky-Up allerdings dann überträgt, weiß ich nicht. Also, Tschüss. Ob Sky das überträgt? Jetzt live auf Sky in ihrem 9-Euro-Paket übertragen wir. Sag das jetzt an Sky oder einfach, weil ich wüsste, wer anfangen soll? Du, egal. Ich mache jetzt Folgendes. Ich verabschiede mich. Tschüss, alle miteinander. Und ich begrüße mich aber auch noch, weil das ist ja am Anfang auch ausgegangen. Das wird dann der Dominik am Anfang reinschneiden. 3, 2, 1. Ja, hallost du. Wenn wir nächste Mal einen Scheidungsfilm besprechen, dann wisst ihr, was passiert ist. Ciao, ciao. Wir haben ja schon eine Story gemacht, oder? Ja. Ende. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Sweetheart. Der wurde völlig überraschend, ich glaube, am 9. April als Video on Demand veröffentlicht. Hat eine Laufzeit von einer Stunde und 22 Minuten. Ist ein Horror, Sci-Fi, Thriller unter der Regie von J.D. Dillard. Und in den Hauptrollen haben wir Kiersey Clemens, Emery Cohen, Hannah, Mangan Lawrence, Andrew Crawford und Benedict Samuel. Huh. Und ja, der größte Witz mal wieder, ich habe den Film gar nicht gesehen dafür, aber der Kollege Stu, hi. Hallöchen zusammen. Ja. Du bist ja zusammen, du bist ja nur alleine vor. Schneide ich das raus? Nein. Nein, das ist nicht. Das hat Telehorse-Qualität. Ja. Gut, Stu, klär uns auf, worum geht's? Ja, zunächst eine kleine Berichtigung, du hast ja gerade gesagt, Science-Fiction-Film, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben wollen, aber da kommen wir später zu. Also, es geht um Jen, die wird an einer einsamen Insel angespült, mit einem Freund, der aber kurze Zeit später einfach seine Versetzung erliegt und muss halt irgendwie zurechtkommen auf dieser einsamen Insel. Und dann bemerkt sie aber, wenn es Nacht wird, steigt ein humanoides Seemonster aus dem Meer heraus, das Menschen eigentlich ganz lecker findet. Und tagsüber versucht Jen, sich irgendwie halt, ja, zunächst halt von der Insel zu retten, was unmöglich scheint, denn die Strömung fließt nur zu dieser Insel hin. Und nachts versucht sie sich halt vor diesem Monster zu verstecken. Und das ist im Grunde die ganze Handlung, Prämisse von Sweetheart. Mhm. Da frage ich mich jetzt aber doch, wie der Titel zustande kommt. Ist der irgendwie ironisch gemeint? Ah. 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 Musst du aufs Klo stu, oder? Nein, 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 nein. Ich überlege gerade, wenn ich das jetzt sage, warum Sweetheart. Es ist ein Spoiler. Wäre es dann Spoiler oder wäre es kein Spoiler. Aber der Film heißt jetzt einfach mal so, wie er heißt. Okay, er ist nicht zu verwechseln mit dem Regiedebüt von Caroline Herford. Du meinst SMS für dich. Äh. Ach nee. Also mein Sweethearts von und mit Herford, das wäre ja zweite Regiearbeit. Ach so, ach so. Hesch, der klugisch ist. Hört gerne in, äh, das, bezeichnenderweise ist das dein allererster Podcast gewesen beim Tele-Stammtisch, ne? Ja. Sweethearts, genau. Ja, Chef-Ander hat gesagt, in der Nacht habe ich wieder nach Hause. Hat gelogen. Naja. You were his sweetheart. Ja, genau. Ja, der Film ist von Regisseur J.D. Dillard. Der ist relativ unbekannt. Hat bislang eigentlich nur einen Film gemacht im Jahr 2016 namens Slate. Das war irgendwie ein Action-Drama. Ne, das war, ähm, ich hab den gesehen. Mhm. Der Film kam hier in Deutschland nur auf die Portion Blu heraus. Da geht's um so einen Straßenmagier, so einen Straßenillusionisten, der sich halt mit Gangstern anlegt. Das war ein sehr netter Film. Kein überragender Film, aber ich weiß noch, den hab ich mal angeguckt und hatte da 90 Minuten und gute Zeit. Und der wird auch lustigerweise als Science-Fiction klassifiziert. Ja, gut. Vielleicht liegt's damit zusammen, dass J.D. Dillard ja angeblich einen der nächsten Star-Wars-Filme drehen soll. Vielleicht liegt's daran. Ja, die Frage hätte ich dann später auch noch halt, wie man eventuell auch durch diesen Film hier auf diesen Regisseur gekommen ist, der jetzt einen Star-Wars-Film produzieren soll oder realisieren soll, der exklusiv bei Disney Plus landen wird. Aber da kommen wir dann vielleicht gleich noch mal zu. Der Film ist ja eigentlich schon von, das müssen wir mal kurz anmerken, der ist eigentlich von 2019 und hatte Premiere auf dem Sundance-Filmfestival. Genau. Und ich muss sagen, du hattest ja im Vorgespräch schon gemeint, es gab so einen kleinen Hype in den USA. Ist das so ein wirklicher kleiner, gemeiner Genre-Geheimtipp? Es ist ein, ja, ich würde ihn schon als Geheimtipp bezeichnen, es ist aber kein gemeiner Film. Es ist einfach ein knackig kurzer, du hast ja schon gesagt, 82 Minuten geht der Film und nach 75 Minuten ist der Abspann schon dran. Also ein knackig kurzer, wirklich gut inszenierter und dabei auch wirklich stilsicherer kleine Genre-Bastard. Eben aus diesem Survival-Drama. Sie muss halt auf dieser Insel überleben. Ja, wie bekomme ich was zu essen, wie bekomme ich Wasser? Und halt eben Creature-Feature, denn sobald die Sonne untergeht, muss sie sich halt eben verstecken, weil dann dieses Seemonster plötzlich aus dem Wasser auftaucht und ja, jetzt nicht unbedingt Jagd auf sie macht, aber halt schon eine Gefahr darstellt. Und man kann es vielleicht, den Film am ehesten beschreiben, stellt euch einfach vor, ihr nehmt Cast Away und fügt Predator mit hinzu. Dann habt ihr ungefähr das, was Sweetheart ist. Allerdings wichtig ist, das ist halt kein Film, der ein großes Budget hat. Das merkt man, also er sieht nicht billig aus, er sieht sogar verdammt hochwertig aus, dafür, dass er glaube ich kaum was gekostet hat. Aber natürlich muss man, gibt's da so, man sieht zum Beispiel nicht diese Katastrophe am Anfang, dass sie dann an dieser Insel gespült wird. Solche Sachen, das siehst du einfach nicht. Und das musst du auch gar nicht sehen. Der Film ist wirklich sehr knapp in allem, was er dir erzählt. Es gibt auch immer wieder Momente, wo man das Gefühl hat, okay, also sie entdeckt zum Beispiel unter Wasser etwas, da geh ich jetzt nicht drauf ein, weil das könnt ihr dann selbst gucken, wo man halt schon so merkt, okay, das ist so eine Art Mysterium, das könnte mit diesem Wassermonster zu tun haben. Aber der Film geht darauf nicht mehr ein. Das heißt, der Film erlaubt sich auch einfach so, ja, Fragezeichen oder Mysterien oder offenstehen zu lassen, was mir immer sehr gut gefällt bei Filmen. Okay, ja, ja, stimmt. Das mag's ja, wenn auch mal irgendwas unausgesprochen oder unausgefüllt ist, so, innerhalb der Handlung, ne, also, so ein bisschen Mysterium einfach. Vielleicht wird's auch deshalb dann ja als Science Fiction klassifiziert, weil das dann immer gerne in die Mystery-Ecke geschoben wird. Wie schlägt sich denn die Hauptdarstellerin Kirstie Clemens? Die ist ja jetzt nicht so bekannt. Du meintest, du hättest sie schon an ein, zwei Stellen gesehen. Also, ich hab sie in diesem Film Dope gesehen, ähm, dann hat sie in der Serie Wex-Tarn mitgespielt, die ich jetzt überhaupt nicht gesehen habe, und noch bei so ein paar anderen Filmen. Du hast sie ja sofort mit, glaub ich, Black Mirror in Verbindung gebracht, wo wir dann herausgefunden haben, nee, hat sie nicht mitgespielt. Ja, ja. Man muss dazu erklären, für Dummy gibt es zwei Arten von Schauspielern, hat in Black Mirror mitgespielt und hat nicht in Black Mirror mitgespielt. Ja, genau. Das sind alles Briten. Genau. Ähm, nee, diese Kirstie Clemens, die diese Jen spielt, die fand ich halt wirklich fantastisch. Wirklich, ähm, die hat eine unglaublich authentische Ausstrahlung. Also, ihr Spiel ist super, du nimmst sie halt wirklich ab, diese Verzweiflung, die sie hat, aber auch so über sich hinauswächst, weil irgendwann ist es natürlich auch so, dass sie sich denkt, ich kann halt nicht jede Nacht mich verstecken bei diesem Vieh, ich muss auch mal zurückschlagen. Es ist jetzt aber nicht so, also wir hatten ja, das haben wir vielleicht noch gar nicht angemerkt, der Film, der stammt ja aus der Blumhouse-Schmiede. Ja. Und die hat ja einen relativ durchwachsenen Ruf, also die haben ja zuletzt diesen Fantasy Island rausgebracht, der natürlich dann irgendwie auch eine Vorlage hatte, aber eben, ja, schon so relativ abgewatscht wurde von der Kritik. Könnte die Gefahr bestehen, dass man den Film dann ja auch so eher so durchlächelt als sowas wie Fantasy Island? Kannst du dir das vorstellen? Also so jetzt von der Außenwirkung her? Ich hab Fantasy Island noch nicht gesehen. Die Frage ist, ob ich ihn mir jemals angucken werde. Ich hab aber bislang wirklich nur Schlechtes bis ganz, ganz Schlechtes über den Film gehört. Ja. Natürlich kann es sein, dass Leute jetzt Sweetheart sehen und sehen, oh, das ist ein Blumhaus-Film oder ein Blumhaus-Film. Guck ich mir nicht an. Das wär aber irgendwie unfair, denn der Film ist genau das, was es sein will. Ein kleiner, kurzer, knackiger Genre-Bastard. Und da liefert der Film wirklich ab und ist wirklich gut und grundsolide. Das ist kein Film, wo ich jetzt in zwei Jahren sagen würde, oh ja, wisst ihr noch, damals Sweetheart? Toll. Aber der liefert halt einfach genau das, was er abliefern will. Und der Regisseur, dieser J.D. Dillard, beweist halt, dass er echt ein Händchen hat, weil der wirklich viele stimmungsvolle Einzelmomente und Szenen wirklich generiert. Gerade dieser Kontrast, den du immer hast, ist ja so eine, ja, ich würde fast schon sagen, so eine karibische einsame Insel, ja, so tropisch so, mit Kokosnüsse und Palmen. Allein dieser Kontrast, den du halt wirklich hast, tagsüber, wenn sie da durch diese Insel streift und dann so nachts, wo halt alles dunkel ist und durch Fackeln und andere Lichtobjekte so, oder dem Mond halt immer wieder so, auch so ein kleines Schattenspiel entsteht und du halt nie weißt, so, ist da im Unterholz vielleicht gerade dieses Monster unterwegs. Allein dieser Kontrast von Helligkeit und Dunkelheit ist unglaublich schön. Ich finde, der J.D. Dillard kann wirklich was. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum Disney jetzt sagt, okay, mach du mal einen Star-Wars-Film. Weil er hier bewiesen hat, dass er halt mit wenig Budget wirklich einen hochklassigen, also zumindest optisch hochklassigen Film abgeliefert hat. Er hat's dann natürlich auch so ein bisschen zum Konzept gemacht, weil wenn du jetzt sagst, dass das Monster nur in der Nacht auftaucht, da kann man dann eben auch, ja, kompensieren, dass man nicht so viel Geld für CGI hatte, ne? Genau. Und das sollte man auch sagen, natürlich gibt es irgendwann auch die, also die Szenen, wo man halt dann sieht, was es für ein Monster ist und ja, oh, es hat so ein bisschen was für Creature of the Black Lagoon, ne? Ja. Muss man ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz sind das sehr viele spannende und schöne Szenen mit einer tollen Hauptdarstellerin. Es gibt dann natürlich, also, es gibt in der Hand noch so ein paar Kniffe, sag ich mal, die ich jetzt hier nicht verraten will. Es ist jetzt kein großer Spoiler-Film, aber es ist, glaube ich, nicht essentiell, dass wir jetzt darüber reden, was da noch passiert, deswegen, warum dann das hier verraten. Man kann, glaube ich, festhalten, wenn ihr wirklich Horror mögt, wenn ihr einfache, aber gut gemachte Filme mögt, dann macht ihr, glaube ich, mit Sweethearts nichts verkehrt. Wie gesagt, und selbst wenn ihr das scheiße findet, hey, nach 75 Minuten ist der Film vorbei. Ja, so wie Red Letter Day. Manchmal wirklich nicht einfach nur hauen. Einfach nur hauen. Hört gerne in unserer Besprechung gerade zu Red Letter Day, die ist besser als der Film. Ja, man muss ja sagen, also Blumhouse hat ja schon so ein paar durchaus gute Sachen hervorgebracht. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast auf Netflix, diesen Cam, den fand ich zum Beispiel ganz solide. Und ich könnte mir vorstellen, dass der so qualitativ so ein bisschen auch so in diese Kerbe schlägt, so grundsolide und reduziert und weiß genau, was er sein möchte. Ja, genau. Und ich bin auch kein Blumhouse-Fan. Die haben echt, also wirklich, also ich meine wirklich viel Scheiß drin. Die haben aber hin und wieder auch ein paar Perlen. Ich meine, Get Out war ein Blumhouse-Film, das darf man nicht vergessen. Ja, oder Whiplash. Whiplash war ein Blumhouse-Film, genau. Ich konnte auch mit dem Halloween was anfangen, dem neuen. Ich glaube, der Unsichtbare da war, also diese Neuverfügung da war auch, glaube ich, Blumhouse mitbeteiligt. Der Upgrade war auch nett. Also natürlich machen die, wie gesagt, echt viel Scheiße, aber zwischen dieser Scheiße sind es auch immer ein paar richtige Perlen. Und ich bin dann auch gerne bereit, dann mich durch die ein oder andere, ja, durch die ein oder andere Sau einen Apfel zu beißen, bis ich dann zur Schokolade komme. Okay. Ja, das klingt gar nicht übel unbedingt. Also ich werde mir den sicherlich auch mal ansehen. Hast du denn den Eindruck, dass der Film so ein bisschen, weil es hat irgendwie keine Sau mitgekriegt, dass der einfach so mal per per veröffentlicht wurde? Naja, das ist aber, also man muss ja ganz klar sagen, jetzt denkt bitte nicht, dass sie den jetzt online veröffentlicht haben, wegen der Corona-Krise. Der hatte keinen Vinostart. Der hatte überhaupt keinen Vinostart. Und selbst in den USA haben die den, glaube ich, letztes Jahr Oktober oder November einfach als VOD veröffentlicht und auch ohne großes Marketing. Ich glaube, es gab so einen Trailer von einer Minute Länge. Den hast du ja gerade eben noch angeguckt. Und das war's. Und ich glaube, dass der Film, ja, ich glaube, der braucht auch nicht mehr. Ich glaube, wenn sie den ins Kino gebracht hätten, ich weiß nicht, ob der so gut angekommen wäre. Weil ich glaube, du kannst diesen Film schwer vermarkten. Ja, wundert mich, dass der nicht irgendwie auf Netflix gelandet ist oder so. Aber er könnte da auch sehr, sehr schnell aufschlagen, könnte ich mir vorstellen. Ja, Amazon oder Netflix oder Sky oder Queeby. Queeby, ja, genau. Dafür wird er dann in tausend Teile gehackt. Ja, ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, dann komm mir zum Ende und du kannst vergeben, ja, komm, machen wir einen Hinblick auf Strand und dass es irgendwie für dich eine kleine Perle ist, eins bis fünf Muschelperlen. Dann, ich würde ja gerne sagen, drei Muscheln, aber es sind vier Muschelperlen, die ich gebe. Ist ein wirklich schöner, geradliniger, toll inszenierter Genre-Bastard. Ist natürlich jetzt nichts Weltbewegendes, ist aber gut gemacht und ich finde, dass man den Regisseur, diesen J.D. Dillard, wirklich im Auge behalten sollte, genau wie die Hauptdarstellerin. Und, ja, also ich spreche dem Film eine Empfehlung aus. Das haben wir jetzt, glaube ich, sehr deutlich gehört. Ja, obwohl, nochmal eine kurze Frage, was, was, also du hattest ja vorhin schon so angeschnitten, aber was, was könnte denn in deinen Augen dieser J.D. Dillard zu einem Star-Wars-Film hinzufügen, was meinst du? Oder, oder was für eine Art von Star-Wars-Filmen könnte er machen? Die einzige Verbindung, die ich bislang in seinen beiden Filmen gesehen habe, ich meine, der hat ja auch ein paar Serienfolgen gedreht von irgendwelchen Serien, aber ich weiß nicht welche gerade. Ja, Utopia. Okay. Die sehr abgedreht ist. Ja, das Einzige, was ich bei ihm habe, mittlerweile so, wo ich denke, okay, da sind Parallelen, es hat in beiden seiner Filme, sind die Hauptfiguren halt schwarz. Das ist das Einzige, was ich jetzt so erkannt habe auf die Schnelle, aber ich habe den Slide ja auch vor zwei, vor zwei oder drei Jahren gesehen, das ist also jetzt auch schon eine gewisse Zeit her. Ich glaube einfach, dass Disney den genommen hat, weil er halt eben bewiesen hat, dass er mit wenig Geld was Gutes abliefern kann. Und vielleicht, dass Disney sich auch denkt, ach, vielleicht ist es ja mal ganz schön, wenn wir einen Star-Wars-Film haben, der nicht 300 Millionen kostet. Stimmt, ja. Der kostet dann 150 für Disney+. Aber gut, wir werden es sehen. Ja, Su, du hast mich jetzt echt ein bisschen neugierig gemacht, weil hin und wieder mag ich so kleine, gemeine Genre-Filme und den merke ich mir tatsächlich jetzt vor. Vielen Dank für das Gespräch an der Stelle. Ich danke auch. Und ja, wie immer, in altbewährter Frische sehen wir uns da wahrscheinlich irgendwie bei den Netflix 4 wieder spätestens. Ja. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films. Ja, wie heißt der jetzt eigentlich? Hier in Deutschland heißt er Fear Comes Home. Wer bleibt am Leben? Und das ist ein wunderschöner Film aus unserer nicht enden wollenden Galerie der sogenannten Tiberius-Filme. Der Film kommt jedenfalls am 7. Mai 2020 bei uns ins Heimkino, also auf DVD und Blu-ray, wenn er denn kommt, angesichts der Lage. Und wir haben auch interessanterweise einen sehr passenden Film zur momentanen Lage hiermit, aber dazu später mehr. Ich bespreche diesen Film jedenfalls nicht alleine, wer ich bin. Ich bin der Dom und ich habe heute die Ehre, einen Neuzugang bei uns zu begrüßen. Es freut mich sehr und ich freue mich sehr auf die Besprechung, dass es endlich mal geklappt hat. Ob es für diesen Film das wert ist, werden wir jetzt herausfinden und damit begrüße ich erstmal recht herzlich den Sam. Hi. Hi, schönen guten Tag oder hallo. Genau. Ja, das hier ist deine Jungfernfahrt. Oh ja. Ein klein wenig aufgeregt. Ja, aufgeregt auf jeden Fall. Und ich finde es auch sehr lustig, dass du gesagt hast, der Megafilm von Tiberius-Filmen. Ja, aber gut. Ihre Gebühr hier, ne? Ja, genau. Ja, aus altbewährter Tradition heraus würde ich dir dann gerne mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, stellvertretend für unsere Zuhörer. Natürlich. Frei aus der Hose heraus, locker aus der Hose heraus, was waren denn so die letzten drei Filme, die du dir zur Gemüte geführt hast? Also, die letzten drei Filme, die ich geguckt habe zu Hause, war Parasite. Mhm. Den fand ich sehr gut. Also, der hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich musste noch sehen. Schande über mich. Hast du noch nicht gesehen? Nein, nein. Ich habe es vor und ich hatte auch schon mal angefangen, aber dann hat die Internetleitung ein wenig mitgespielt, was auch Amazon angeht. Dazu kannst du am besten aber auch euren Podcast anhören, weil der war auch sehr gut. Okay. Über Parasite. Nun gut, den zweiten Film, wo ich geguckt habe, war tatsächlich Joker. Den habe ich erst zu Hause auf Blu-Ray gesehen, noch gar nicht im Kino. Mhm. Weil ich dazu nicht ins Kino gekommen bin. Schade. Frag mich. Schade eigentlich, ja. Und den dritten, den ich als letztes gesehen habe, war tatsächlich Freaks. Der ist, glaube ich, irgendwie gar nicht bekannt. Mhm. Den habe ich auch nur aus so einer Krabbelkiste erstanden. Also, so, kauf drei, zahle zwei. So, da habe ich den her. Mhm. Und habe mich dann gewundert, dass der ausgezeichnet wurde von drei, wie sagt man da, so Filmfest und so Sachen und habe den aber noch nie auf dem Schirm. Naja. Ja, der ist hier in Deutschland auch relativ unbekannt, ne? Da hattest du schon mal von erzählt. Das ist dieser Film mit Emiley Hirsch, ne? Äh, ja. Richtig. Genau. Oder war das, war das jetzt der? Oder hat es? Emiley Hirsch? Okay, das ist noch was anderes. Freaks war tatsächlich von Emiley Hirsch. Mhm. Oh Gott, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Emilia Hirsch? Ja, ist ganz komisch, ja. Und im Prinzip ist es eigentlich ein X-Man, nur von der anderen Seite angeschaut. Mhm. Also, es geht wohl um eine Art Mutanten, die halt Superkräfte haben, aber sie dürfen es nicht zeigen, weil sonst werden sie abgeführt und vernichtet. Um das so nett zu sagen. Okay. Ah ja, mit Bruce Dern auch sehe ich gerade. Ja, klingt gar nicht schlecht, merke ich mir mal vor. Vielen Dank. Bitte schön. Und den Joker, den, ja, so einer der kontroverseren Filme des letzten Jahres zumindest, würde ich sagen. Ja. Der hat dir auch gut gefallen? Der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Eigentlich eher aus der Thematik wie die Welt auf Krankheiten oder auch, ja, Spastiken will ich jetzt nicht sagen, wie nennt man das noch? Psychische Krankheiten. Psychische Krankheiten. Man hat sogar fast eine Sympathie zu dem Joker, also zu dem Herrn, der dann später zum Joker wird. Ja, man erwischt sich selber als, wo man denkt, verdammt, eigentlich ist das später der Böse. Und du hast gerade voll Sympathien mit dem Mann. Nee, das ist echt. Ja, man kann seine Entwicklung eben nachvollziehen, beziehungsweise man merkt auch so diese Ausweglosigkeit. Also an der Stelle kann ich auch sehr den Joker-Cast empfehlen, wo auch meine Wenigkeit zugegen war. Da haben wir, das ist mit die längste Besprechung beim Telegram, glaube ich, 80 Minuten über den Film gesprochen. Oh, okay. So lange ist ja fast der Film. Ja, der gibt ja auch einiges her. Ja, das stimmt. Und das ist ja auch, also ich fand die Kontroverse persönlich auch übertrieben. Ich finde allerdings auch diese, weiß ich nicht, da sind jetzt irgendwelche sauer gewesen, dass er nicht bester Film gewonnen hat beim Oscar. Das hätte ich persönlich zu viel gefunden. Ja, da muss ich sagen, da hat Parasite, finde ich dann schon nett. Findest du nett? Okay. Nee, ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Keine Ahnung. Deswegen. Aber ich glaube, dass der mir sehr gefallen wird. Also ich habe ja auch schon einen Teil gesehen und dann hat es nicht mehr richtig gebuffert, wie man das immer so gerne kennt. Ja, aber er wird am Schluss richtig gut. Okay. Also ist auf jeden Fall sehenswert. Wird geguckt auf jeden Fall. Ich schäme mich ja regelrecht. Es kommt alles raus hier. Ja, dann haben wir, glaube ich, schon eine gewisse Stoßrichtung bei dir. Vor allem der Parasite, der fällt ja relativ raus, so aus dem Schema, sage ich jetzt mal, weil das andere, beide sind ja, also du meintest ja, das andere ist ja praktisch ein verkappter X-Men-Film. So ist es. Ja, und sind durchaus alles Genre-Werke eigentlich, die du genannt hast, auch wenn der Parasite sich wohl jetzt nicht so ins Genre einordnen lässt. Und ja, passend die Überleitung. Wir haben ja auch ein Genre-Werk am Wickel. Okay, ja. Falls man das so nennen kann, es ist im weitesten Sinne ein, ja, Endzeit-Film. Ja, so postapokalyptischer Thriller, nennst du es ja. Genau, genau, von der Stamme. Aber da kommen wir dann jetzt gleich zu. Möchtest du denn als unser verehrter Gast oder Neuling oder was auch immer, möchtest du denn mal kurz umreißen, worum es in etwa in Vierkampshome geht? So, ohne zu spoilern, in kurzen Form könnte ich das machen. Und zwar geht es eigentlich darum, dass ein katastrophaler Virusausbruch passiert ist oder so wie jetzt in unserer Lage praktisch auch. Nur, dass sie da keine Heilung gefunden haben. Und ganz, also so wie ich das sehe, spielt der Film in Amerika. Und das ganze Sozialleben ist in Amerika zusammengebrochen. Genau. Und da sehen wir eine kleine Familie. Vier Personen. Ich sag mal der Vater, Mutter, Tochter. Und was der andere war, war das der Opa? War das der Vater von der Frau? Ich hab's nicht so wirklich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das geht nie wirklich draus hervor, sagen wir es mal so. Ja. Genau. Und diese kleine Familie kämpft im Großen und Ganzen ums Überleben und Wiederaufbau ihres eigenen Lebens, sag ich mal, um ein Gefühl von Normalität zu schaffen. Mhm. Und inmitten der zerfallenen Welt durchstreifen natürlich auch Banden auf dem Kampf nach Ressourcen. Ja, und da fängt sie praktisch der Film an. Genau. Und geht dann über an den achten Geburtstag von der kleinen Tochter. Und der Vater ist auf dem Weg, Ressourcen zu sammeln und trifft da einen gestürzten Motorradfahrer. Ja. Ich glaub, das ist so die Ausgangsprämisse, ne? Die Ausgangslage der Story. Genau. Falls man das Story nennen kann. Ja. Ja. Total große Story. Äh, okay. Ja. Du hast mir diesen Film ans Bein gebunden, so gesehen? Ja. Ja. Ich musste mir ja einen auswählen. Und du bist ja ein Pate. Genau. Ja. Von daher bist du ... Wie lange noch, ist die Frage? Genau. Da würde ich jetzt sagen, mitgeritten, mitgelitten. Also, ich hätt mir den Film gar nicht ansehen müssen. Nee, ich auch. Ganz ehrlich. Ich hab's trotzdem getan, aus reiner übergroßer Herzensgüte. Und ich bereue es wirklich bitter, weil ... Also, ich muss dazu sagen, Kollege hier beim Tele-Stammtisch, Michael Roos, schöne Grüße, hat sich ja mehrere dieser Tiberius-Streifen angesehen, beziehungsweise Tiberii, wie wir sie intern nennen inzwischen. Schimpfen eher schon. Okay. Ach so, wegen dem I, dem langgezogenen I. Genau, genau. Iiii. Okay. Genau. Und ich hatte mir, den hab ich auch mit Michael Roos und Stu besprochen, schöne Grüße auch an dieser Stelle, hatte ich Red Letter Day gesehen, was für mich jetzt schon eigentlich so ... Ich glaub, im Januar hatten wir den geguckt. Und ich sag's ganz ehrlich, das ist für mich jetzt schon, glaub ich, der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Okay. Und nicht weiter hinter reiht sich 4 Comes Home ein. Das kann ich schon mal vorweg schicken. Das hast du schön gesagt. Ja, ist allerdings so. Und es zeichnet nicht nur die Story, wo ziemlich flach ist, wo man schon tausendfache Ausführungen gesehen hat, sondern es sind so ... Okay, der Film hat nicht viel Budget gehabt, aber man kann Kameraführung, bitte. Ja, ja. Also ... Oder Beleuchtung oder irgendwas ... Tonal. Das kommt alles zusammen. Wenn ich mir diesen Elijah Wood für arme, der zu groß und zu dünn geraten ist, der, weißt du, wie ich mein, den rätst, der wo am Anfang schon so sagt, ich weiß nicht. Oder wieso nicht? Ja, ja. Wir müssen kurz anmerken, wir haben einen Pressestream bekommen und das war auch nur die deutsche Synchro, wie wir das ja schon bei Tiberius-Filmen so kennen und lieben gelernt haben. Und ich muss sagen, also ich hab ja den Vergleich zu diesem Red Letter Day. Und der Film ja hatte verglichen damit sogar eine ganz ordentliche Synchro. Und das ist auch schon das Einzige, was ich wirklich Positives sagen kann. Okay, und dann hat der Film jetzt überhaupt keine Synchro in diesem Szenen. Also es ist echt tonal nicht irgendwie ausgeprägt oder, wie sagt man, es fehlt diese ... Weißt du, wenn ich jemanden frage, was machst du da? Und ich so, was machst du da? Weißt du, diese ... Keine Emotion. Emotion, die fehlt irgendwie total. Ja, es ist auch ... Also die Figuren sind halt auch übelst von der Stange. Ja. Du kannst sie teilweise gar nicht auseinanderhalten und damit geht's auch schon los. Nämlich der Film hat unglaubliche inszenatorische Mängel. Also ich hab mir sogar dann wirklich den Spaß gemacht und im Abspann geguckt, ob es ein Best Boy gab, was ja so im filmischen Jargon immer der Oberbeleuchter ist. Und ... Also man kann's wirklich kaum glauben, dass dieser Film überhaupt einen Best Boy hatte, weil gewisse Szenen sind so unfassbar dunkel und so schlecht gefilmt, dass du wirklich nicht mehr sehen kannst, was abgeht. Und das hat auch nichts mit irgendwie Atmosphäre oder wenig Geld zu tun. Es ist einfach schlecht gemacht und zwar wirklich durchweg. Und hinzu kommt dann auch noch ... Also grundsätzlich ist der ganze Film schon wirklich in einem ... Ich sag's ganz ehrlich, der sieht teilweise wirklich aus, als wäre er durch einen Scheißhaufen gefilmt. Es ist so ein ... Das ist leider so. ... dauer, dauer, ekelhaftes, braun, grau, matschig und dann noch dunkel. Und das ist, also ohne Scheiß, das ist einer der hässlichsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Man könnte fast meinen, die haben keinen Farbfilm genommen, noch so ein Schwarz-Weiß-Film von damals und dann im Nachhinein noch so ein bisschen Farbkleckse drauf gemacht, dass der ein bisschen Farbe hat. So wirkt der Film. Ja, ich hatte auch gelesen, also es gab wohl jemanden sogar, der den Film eingefärbt hat. Okay. Tatsächlich? Es ist auch sehr lustig, dieser Regisseur, dieser Andrew Robertson, der ist in gefühlt jedem zweiten Department auch beteiligt gewesen. Also der hat den Schnitt gemacht, der hat einen Teil der Kamera gemacht. Und das erklärt dann vielleicht auch schon, warum die Kameraführung so unfassbar inkohärent ist. Weil es gibt hier Szenen, da ist mir eine besonders aufgefallen, wo halt irgendwie die Hauptfigur, wir nennen ihn jetzt einfach mal Mr. Anonymous, keine Ahnung. Weißt du den Vater? Genau, ich hab seinen Namen schon wieder. Der hieß Jack. Ja, ach Gott, ey. Ob du das ohne die IMDb jetzt gewusst hättest. Nein, pass auf, ich hab ihn eineinhalb Mal gesehen. Oh ja, gut. Okay. Aber ich freu mich jetzt grad sogar, dass ich den Namen der Tochter doch richtig verstanden hab. Burly. Den fand ich auch sehr selten. Richtig. Burly. Ja, in dieser Szene, wo er durch den Wald latscht, irgendwie relativ ziellos und spannungslos, ist die Kameraführung total merkwürdig. Weil es wird over shoulder gefilmt, also halt aus der Verfolgerperspektive, aber die Kamera bewegt sich, als wäre es seine Subjektive. Also wir haben dann auch irgendwie Schwenks oder so. Und Schwenks sind ja wohl wirklich das Todesurteil so inszenatorisch. Weil du darfst keine Schwenks machen mit der Kamera, weil man dann eben sieht, dass alles nur gefilmt ist. Das reißt dich immer wieder aus der filmischen Realität raus. Und das war bei mir hier sehr oft der Fall. Da gab's zum Beispiel auch eine Szene, wo er dann irgendwie später auf dem Boden liegt. Und klar, die Kamera will dann irgendwie sein Point of View übernehmen. Aber es ist nur seltsam, weil er liegt waagerecht da und die Kamera ist aber komplett schräg. Ja, ich weiß, welche Situation. Oder es gibt noch eine Szene, wo sie in dem Haus gezeigt werden und er irgendwie einfach nur irgendwas aus dem Schrank holt. Und die Kamera ist in einer schrägen, als ob sie ihm im schiefen Turm von Pisa hausen würden. Das ist wahr. Also, das ist so schlecht. Ich weiß, welche Szene du meinst da mit dem Wald. Ja. Weil da tatsächlich, wo er durch diesen Wald läuft, hab ich mich gefühlt wie bei Blair Witch Project nur in Schlecht. Oder noch schlechter als Schlecht. Weißt du, wie ich mein? Ja, ja, ja. Das ging gar nicht. Ja, die Assoziation hatte ich auch. Vor allem dieser Schläger mit den Nägeln drin. Mit den Nägeln. Ich bin jetzt kein Walking Dead-Fan, aber oder ... Da hab ich auch gedacht. Negan lässt grüßen. Genau, ich hab's nie gesehen, aber selbst ich kenn dieses Image von Negan. Ja. Ach Gott, ey. Vor allem, da war dann auch ... Das war sogar ein Moment, der war so ein bisschen atmosphärisch. Und zwar, da ziehen sie irgendwie so eine alte Kassette raus, um der Tochter irgendwie was vorzuspielen. Und dann ist da irgendwie so eine ... Ja, weiß ich nicht, ich musste so an ... Wie heißt es denn jetzt noch mal? John Sinclair oder sowas denken. Also so Horror-Hörspiele oder so eine Sendung einfach. Vor allem hab ich mich in der Szene gefragt, wie, zum Gott, konnte man auf die Idee, ein achtjähriges Mädchen in so einer apokalyptischen, katastrophalen Welt eine Kassette zu schenken, wo Horrorgeschichten erzählt werden? Ja, eben. Was ist denn das? Generell schon eine Kassette, das wird total antiquiert. Richtig, das war schon sehr komisch. Wobei wir jetzt sagen müssen, das hab ich ja auch erst im Nachhinein rausgefunden, der Film ist ... Also das ist total seltsam, der erscheint jetzt wirklich hier brandneu. Mhm. Der ist ursprünglich gedreht 2013. Ja, hab ich auch gelesen. Und lief dann drei Jahre später erst in den USA auf irgendwelchen Festivals oder im Kino, schlag mich tot. Und das ist extrem seltsam und ich frage mich, warum wir diesen Film jetzt überhaupt noch bekommen. 2020, muss man da noch zu sagen, ne? 2013 gedreht, drei Jahre später dann erst da erschienen. Und 2020 erscheint er bei uns. Warum? Ja, vor allem so völlig random, mitten im Jahr oder was. Komisch. Aber vielleicht wird er jetzt, man weiß, vielleicht wird er jetzt durch die aktuelle Krise, wird er dann so ein ... Ich mein, der Heimkino-Markt, der müsste jetzt ja eigentlich florieren. Theoretisch, ja. Dann dürfte der vielleicht so fröhliche Urständ feiern. Aber was ich jetzt eigentlich nur sagen wollte zu diesem Hörspiel, das war eine durchaus im Ansatz atmosphärische Szene. Was ich dann nur total bescheuert fand, erst wieder so, ja, wir erzählen ihm irgendwie Grusegeschichten, bei denen sie unruhig auf ihrem Sitz hin und her rutschen werden, ja. Und dann, diese Sendung wird präsentiert von Dr. Best Federung oder so ähnlich. Oder irgendwie auf jeden Fall eine scheiß Zahnpasta. Und ich dachte mir, ernsthaft? Das ist wahr. Ernsthaft? Wie kann man ... Das ist auch symbolisch für das tonale Scheitern des Films. Du hast eigentlich überhaupt keine Stimmung. Oder wenn Stimmung aufkommt, dann wird sie so unfassbar amateurhaft gebrochen an der Stelle. Das ist ... Da muss ich dir vollkommen zustimmen. Vor allem finde ich in dem Film, aber das ist mir auch in anderen Filmen schon aufgefallen, dass manche Sachen so total an den Haaren herbeigezogen sind. So wie die Situation mit dem Auto. Wo die haben ein Auto in der Garage stehen für Notfälle, damit sie schnell wegfahren können. Ja. So. Und dann sitzen so fast 10 gefühlte 15 Minuten an diesem Auto und kriegen das Auto nicht an. Bitte? Ich bin ganz ehrlich, du hast den Film ja vor ein paar Tagen, glaube ich, gesehen. Und du hast ihn anderthalb Mal gesehen, meintest du ja. Ich habe ihn vor zwei, drei Stunden gesehen und kann mich an gewisse Sachen schon nicht mehr erinnern. Nicht mehr erinnern. Weil es wirklich so ... Ah Gott, dieses Ding ist einfach vor allem ... Ich meine, der hat ja eine Laufzeit von ... Haben wir das eigentlich schon erwähnt? Der hat eine Laufzeit von 75 bis 80 Minuten, genau. Ja, mit Abspann. Genau. Oh Gott, der Abspann. Und es ist wirklich ... Also, der fühlt sich an wie zwei Stunden. Ja. Und es passiert wirklich nichts. Also, es ist ein Fest der Langeweile. Es ist auch nicht mal so ... Ich würde sagen, also, klar, von der Inszenierung ist er teilweise wirklich ... Hat er richtig üble Schnitzer? Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der jetzt insgesamt billig aussieht. Also, es ist jetzt nicht totaler Trash. Das ist ja die Sache. Dadurch, dass er so wenig Budget hatte, würde ich ein paar grobe Schnitzer und so verstehen. Aber wie du schon sagst, an sich ist es ja nicht so verkehrt. Aber die Story und die Bildtechnik und so, das passt irgendwie nicht zu dem ganzen ... Ich weiß nicht. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Es passt eigentlich nicht zusammen in diesem Film. Der ist zusammengekleistert, zusammengeklaut, auch aus etlichen Vorbildern, die er dann an manchen Stellen sogar ziemlich peinlich referiert. Aber das habe ich jetzt schon wieder vergessen, wie konkret das war. Egal. Die Auto-Szene. Ja, ja, genau. Die Auto-Szene, wo sie auf einmal stehenbleiben, warum auch immer. Ich glaube, der Opa oder der Vater von der Frau oder was auch immer er ist, wurde angeschossen. Ja. Ja, ist ja so. Es wird ja nicht gesagt, wer er ist. Ja, es ist einfach völlig random. Sie fahren dann weg und halten dann in so einem Industriegebiet, was für mich aussah wie ein Hinterhof von irgendeiner Firma. Ja, 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 ja. Weil sie da halt drehen durften, halten sie an, um kurz einen Plausch zu halten, was man ja nicht während der Fahrt machen kann. Nur, um von einem anderen Auto angehalten zu werden, um ausgeraubt zu werden. So, das war so eine Szene, wo ich gedacht habe, die hätte man sich auch sparen können, ganz ehrlich. Es war, es war, ich sage es ganz ehrlich, ich habe auch über den kompletten Film, habe ich keine wirkliche Bedrohung gespürt. Also da war die ganze Zeit so, oh ja, da draußen sind irgendwelche Banden, die, weiß ich nicht, kann die ballen oder was oder so. Das ist, das ist nämlich auch so ein Punkt. Am Anfang wird von der Virusausbreitung gesprochen und auch irgendwo in irgendeinem Satz oder nebenläufig in einem Satz gesagt, wenn ein Infizierter, was für mich so das Jargon für Zombie ist, irgendwo in ein Haus reinkam, sind dann auf einmal alle infiziert gewesen. Aber du siehst in dem Film nicht einen einzigen Infizierten. Gut, die Tochter, sie hustet ein bisschen, könnte Grippe sein, könnte Corona sein, könnte auch schon Vorstufe von Zombie sein. Was ich damit sagen will, du siehst in dem Film keinen einzigen Infizierten, also die Präsenz von Gefahr ist nicht da. Ja, du siehst kein Zombie oder irgendwo mal eine Leiche oder ähnliches wie, achso doch, man zieht Skelette angezogen. Das war auch unfreiwillig komisch, ja. Das war es, ja, ja. Und, also, aber du weißt, worauf hinaus war diese Präsenz von Gefahr. Was ich auch total bescheuert fand, dass, da mal irgendwie gezeigt wird, dass sie irgendwie mit Schutzmasken in die Häuser gehen, aber draußen tragen sie die nicht. Also, äh. Weil das Virus sich nur in alten Wänden aufhält. Ach, ja, genau, das, das, am Ende kommt's raus, die Wärmedichtungsindustrie ist schuld an der ganzen Misere, ne? Ja, genau. Ach, also, es, es, es ist wirklich, also, der Film ist eine absolute Katastrophe. Also, ich kann da wirklich nur eindringlichst von abraten, wenn man, wenn man jetzt ein wenig hartgesottenster Endzeit-Fan ist, weil man muss halt auch sagen, dieser Film macht absolut keinen Spaß. Also, wirklich gar nicht, du, du, ich sag's frei heraus, ich hatte nach zehn Minuten, hatte ich keinen Bock mehr. Wirklich. Ja. Weil der aussah wie Hulle, der Film, es passierte nichts, die Figuren waren mir scheißegal. Und vor allem, du hast halt kaum was, das muss ich halt, also, das ist für mich der, mit Abstand größte Kritikpunkt, der Film ist einfach viel zu dunkel. Es gibt einfach so viele Szenen, wo du nicht richtig sehen kannst, was passiert. Die Waldszene. Genau, genau. Und dadurch checkst du dann emotional komplett aus. Ja. Ich fand auch schon die, die erste Sicht, wo er in, von seiner Veranda in den Wald guckt, weil er irgendeinen Holzknacksen oder sowas gesehen hat, die fand ich schon so schlecht ausgeleuchtet oder, oder so dunkel, dass man, ähm, im Fernsehen diese, kennst du diese Randung, wenn man irgendwie einen schlechten Gamma-Wert oder sowas hat? Ein Bildrauschen. Bildrauschen, genau, das hat man gesehen. Ja. Und das finde ich dann wieder schlecht. Ja, es ist, es ist einfach, also, äh, weiträumigst umfahren bitte diesen Film. Oh, auf jeden Fall. Da bitte ich drum. Ich würde sagen, wir, äh, hast du, hast du noch was zum Film? Sonst würde ich sagen, kommen wir jetzt kurz und schmerzlos zum Fazit. Ja, ich wollte nur kurz noch sagen, der Film endet tonal so beschissen, wie er anfängt. Ja. Und zwar sagt er, dieser, dieser Frodo-Verschnitt, weiß und wieso nicht, so in so einem, ne, genau so endet er. Stimmt. Kennst du meinen Bruder? Äh. Mein Bruder ist Russell. Die Namen, wir, boah, also selten ist mir was in dem Film so scheißegal gewesen. Wirklich, also, das ist, da hat sich bei mir gar nichts, irgendwie emotional geregt, gar nichts. Und, äh, deshalb komme ich am Ende auch wirklich auf vernichtende Eins von Fünf. Eins? Also. Oh, okay. Ja. Wuhu. Ja, weil, ne, wirklich, also, das, das Ding, das gibt mir gar nichts. Das Einzige, was ich dem gegenüber Red Letter Day anrechnen kann, und das kann ich genau genommen gar nicht dem Film selber anrechnen, weil's eben nur die deutsche Synchro ist, die war okay. Okay. Die war wirklich okay. Also, wenn ich an Red Letter Day denke, der jenseits von Eden ist, was das angeht, und generell auch jenseits von Eden ist, nicht anschauen, dann, vor allem, was mich so frustriert hat an dem Film, du hättest mit einer besseren Inszenierung, einer besseren Regie, einer besseren Kamera, einer besseren Ausleuchtung, hättest du vielleicht sogar was machen können aus der Grundprämisse und der Story, der sogenannten. Das ist immer am frustrigsten bei solchen Filmen. Den kannst du dir halt auch nicht, also, das muss man auch nochmal vorherschicken, es ist wirklich, also, man kann schon theoretisch Trash drin sehen, aber es ist Trash der langweiligsten, lahmarschigsten und sich bierernstnehmendsten Sorte, die man so kennt. Die Sache bei Trashfilmen, so wie Sharknado und was es so alles gibt, ist halt, sind halt die Szenen, wo man dann doch noch lachen kann. Genau. Wo man so ein Schmunzeln auf dem Gesicht hat oder so, genau, ach, jetzt springt der Shark aus dem Ventilator dahin und macht, aber das hat der Film nicht, das hat der Film nicht. Ja, und wenn, dann unfreiwillig, ne? Ja, richtig. Deswegen hätt ich jetzt gefragt, ob ich auch in den Minusbereich darf, weil du sagst eins von fünf, ich hätt gesagt, minus eins von fünf, aber, ne gut. Also Minuswertung haben wir, glaub ich, noch nie vergeben. Okay, dann sag ich einen halben, dann geb ich einen halben Punkt. Einen halben von fünf geklauten Liegenschlägern, ne, meinetwegen. Genau. Mach mal einen halben Baseball, oder einen zersplitterten Baseballschläger. Oder einen zersplitterten, genau. Ja, gut, dann zerfällt genauso wie der Film nach den ersten zehn Minuten. Ja, gut, war trotzdem eine, also einen Vorteil haben diese Filme, die Besprechung macht immer deutlich mehr Spaß als der Film selber, was dann hier nicht unbedingt eine große Kunst ist. Weil man besser drüber lachen kann. Genau, ja, weil man einfach gut drüber lachen kann, genau. Ja, aber es kann nur besser werden. Aber ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich für deine Zeit. Kein Problem. Ich hoffe auf mehr. Ja, damit wärst du jetzt auch schon durch. Deine Feuertaufe hast du bestanden, würde ich sagen. Und ja, du wirst dann auch wahrscheinlich was anderes in Zukunft zu tun kriegen als die Berius-Filme. Da will ich doch drauf hoffen. Genau, ja, die sind im Moment so ein bisschen unser Bootcamp. Aber sag's nicht weiter. Okay, psst, 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 psst. Genau, von mir hast du das nicht. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns auch. Samus hat mich sehr gefreut und gerne wieder. Vielleicht mit einem besseren Film, was dann an der Stelle nicht allzu schwierig ist, was Steigerungspotenzial angeht. Ansonsten sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao, vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank.